Es war jedenfalls Dienst, Arbeitstag, normaler Arbeitstag. Und wir saßen hier, verschiedene Ensemble-Mitglieder, und haben gesagt, was machen wir heute Abend? Ja, ich gehe auf jeden Fall, und man kann keinen zwingen. Es gab Diskussionen, ein Kollege sagte, also seid mir nicht böse, ich gehe heute Abend nicht mit, weil ich habe Kinder. Und daraufhin sagte der andere Kollege, okay, dann werden wir aber gehen für deine Kinder. Ja.